Herzlich Willkommen bei Ihrem Schlüsseldienst aus Würselen, Bruchweiden. Mit der Spezialisierung auf Türöffnen, Türsicherungen und Hilfe nach einem Einbruch hat Karl aus Bruchweiden seinen Schlüsseldienst eröffnet. In den Ortsteilen Bruchweiden, Lindenhäusen und zum Beispiel Dobach St. Jobs gilt hier ein 50 Euro Festpreis. Dieser Festpreis beinhaltet die kostenfreie Anfahrt in ganz Bruchweiden. Es gibt keinen Feiertagtarif, es gibt keinen Wochenendtarif und auch keinen extra Nachtzuschlag. Karl berechnet Ihnen als Endpreis den 50 Euro Festpreis. Rufen Sie ihn einfach an und überzeugen Sie sich selbst.